Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lost Wins Winter of the Melodias. Wir befinden uns hier im Schrein und ich würde sagen, wir schauen mal was passiert. Glückwunsch, du besitzt jetzt die Kraft Zyklon. Für einen Zyklon zeichnest du mit rechter Maustaste eine Zickzacklinie. Mit Zyklonen kannst du Toko an hoher gelegene Orte transportieren und bestimmte Objekte aus der Erde ziehen. Okay, ja dann probieren wir das doch. Warte mal. Wahrscheinlich. Mithilfe von Sontes Kräften sind wir auf jeden Fall für die Zyklon der Melodia gerüstet. Okay. Wir probieren das einfach mal. Oh, voll cool. Habt ihr das gesehen? Sehr schön. Ich speichere mal eben ganz schnell. Und hier. Können wir da noch mehr machen? Gut, dann laufen wir hier einmal durch. Oh, voll fies. Aber muss sein. Die gehen mir auf den Sack. Ich fliege weg. Ich will das nicht. Wir lassen das mal eben Sommer werden. Auch wenn ich den Winter viel schöner finde. Aber egal. Okay. Okay. Ah, interessant. Das ist cool. Ah, ich muss das einmal ausprobieren. Auf jeden Fall. Ah, cool. Das ist richtig nice. Wie komme ich da jetzt durch? Toll. Ähm. Ich muss das einmal leeren. Die Frage ist jetzt. Was stelle ich da drauf? Die Beine. Gut, das habe ich verstanden. Hier ist gar nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr. So geht das nicht. So geht das nicht. Irgendwas muss ich mit der Wolke doch machen. Was machen wir damit? Ja, das ist ja richtig cool. Aber was zum Teufel soll ich machen? Hallo? Aha. Ja, wir leeren das. Ja, und dann? Ich raff das nicht. Ja. Muss ich das wieder Winter werden lassen? Ich gucke mal eben, was es für ein Winter ist. Oh, na, warte mal. Moment, Moment, Moment. Ich will mal irgendwas ausprobieren. So, wir machen das jetzt nochmal. Was ist jetzt das Ende? Ist die Wolke doch noch da? Ähm, nö. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ist ja schön und gut. Ja, aber was dann? Mal gucken, ob das jetzt zufriert hier, was ich gemacht habe mit dem Wasser. Hat das geklappt? Ist das jetzt frei? Oh, und dann kann ich so eine Schneekugel machen. Und da muss man aber erst immer drauf kommen. Woher soll ich das denn wissen? Logisch denken ist nicht meine Stärke. Ich habe meinen coolen Anzug an. Nein, das ist mich nicht. Wo muss ich eigentlich hin? Da oben hin. Ja, dann sind wir doch auf dem richtigen Weg, oder? Dann sind wir doch... Ja, vielleicht sollte ich auch einfach so machen. Dann geht das auch alles ein bisschen besser. Eventuell. Und dann laufen wir hier mal hier lang. In der Hoffnung, da geht es weiter. Waren wir hier nicht schon mal? Ach, hier waren wir schon mal. Aber ging es da weiter? Ja, ich glaube, da ging es weiter. Sehr schön. Hier ist jetzt Winter. Genau. Nein. Ich habe keine Zeit für euch. Wir wollen hier nur... Ah! Das ist Toku in Ruhe. Oh! Oh, lauf! Lauf, Toku! Das wollen wir nicht. Wir holen schnell ab. Wir haben gespeichert. Oh, schöne Musik. Oh, die gefällt mir. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was ich da wieder mitmachen soll. Toll. Was haben wir das jetzt gebracht? Mehr geht nicht. Dann piezelt der das doch alles raus. Verstehe ich nicht. Was ist, wenn wir das im Wintermodus lassen? Aber müssen wir hier lang? Eigentlich ja, ne? Ach, Moment. Ich kann mich doch auch hochschießen lassen, oder? Moment mal. Ui! Geht das? Ja. Hat geklappt. Sehr schön. Ui! Kann ich hier irgendwie durch? Okay. Da ist ein Speicherpunkt. Was müssen wir hier jetzt schon wieder tun? Ja, wir sind richtig. Definitiv. Aber ich muss irgendwas mit dem Stein machen. Geht das nochmal? Toll. Ist doch nicht so effektiv. Warum ist das so bläulig da oben? Oh, was muss ich machen mit dem Stein? Hmm. Okay. Soll ich was mit ihr? Ich Tiere. Soll ich machen das? Soll ich euch von mir, Ah, wir kommen ja hoch, fanden. Aber es bringt mir irgendwie jetzt gar nichts. Kommen wir hier hoch? Ich meinte, ich wollte es so machen. Mal gucken, was hier ist. Ich habe echt keinen Plan, was ich hier machen soll. Oder kann ich da einfach durch mit dem Ball? Schauen wir mal. Ach man, Tuku. Ah. Ich habe so lange überlegt. Ich denke immer kompliziert. Da komme ich gar nicht hoch. Machen wir das einfach so. Diese kleinen Statuen sehen unglaublich echt aus, wer sie wo geschaffen hat. Ja, gute Frage. Wieso kann ich da nicht rüber? Hier waren wir im ersten Part schon mal. Wir nehmen die mal mit. Wir brauchen die bestimmt für irgendwas. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich für hier, oder? Kann ich den mitnehmen? Kann ich den mitnehmen? Gut. Gut. Haben wir schon mal eine Eule? Ich nehme die jetzt mal so mit. Gut. Ähm. Ich kann den eh nicht mitnehmen. Okay, muss ich den doch mitnehmen? Kann ich den mitnehmen? Schauen wir mal. Nein. Da ist Feuer. Ich denke mal, dass wir das Feuer brauchen. Ah, kommt schon! Zickzack und weg! Hucke ich das nochmal eben? Dann schauen wir mal. Ich brauche das auf jeden Fall für da drüben. Okay. Seltsam, als wäre die Zeit stehen geblieben. Kann ich die damit wecken? Ne, ne? Kann ich da irgendwas mitmachen? Gut, dann machen wir es mal so. Ja, super. Ich muss mich auch wieder mit hoch. Ach man, ich mache jetzt einfach Toco hoch. Na, der will nicht. So, lauf! Ist der jetzt wieder da? Ach, muss ich den jetzt da mitschleppen? Ach man. Tut mir leid für diese Rennerei hier. Wo habe ich den gelassen? Ach, da oben. Ja, schön. Aber warte mal. Warte mal. Geh mal runter. Ich muss den irgendwie hochkriegen. Ach so, oder? Ach, ich bin so doof wieder. Das müsste doch auch so gehen, oder? Ja. Machen wir uns das doch immer schwer, das Leben. Ich würde jetzt hier aber erstmal den Part beenden, weil ich kann überhaupt nicht einschätzen, was da noch kommen wird und was uns noch erwartet. Von daher beende ich hier diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder einen netten Kommentar. Auch wenn ich mich ein bisschen blöd angestellt habe. Aber egal. Ja, bis dann. Eure InoriLP. auch schon.